Willkommen zu einer weiteren Part von Let's Play Freedom Plane, bevor es richtig weitergeht mit der Story. Welche bringt euch ein? Ihr sagt, was sagen? Ich habe schon vergessen, euch das mal zu zeigen. Das kann man noch Time Attack auslösen, jetzt haltet euch fest. Ihr wisst nicht, was passiert, wenn ich sauber jetzt mit Speed mache. Das ist eine der Blue Bugs, es gibt auch diese Blue Bug Cutscenes. Vielleicht werde ich die mal im LP mal zeigen, ich habe die Anleitung dafür. Aber das muss ich erst mal sehen. Ich würde sagen, ich springe jetzt mal schnell zur Stage, damit es eigentlich weitergeht. Und ja, der Sprung in die Stage ging wenigstens besser als... Ja, in die Red Egg Maze. Die Dora fixet bitte einfach nur, einfach nur für die Fans. So. Ich war gerade bei Vögermord, ach du Scheiße. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ja, hier haben wir Karten Nummer 31, nochmal so zur Information. Das wird zwar nochmal in der Kartenzusammenfassung angezeigt. Also ich habe ja diese Kartenzusammenfassung. Da wird das nochmal gezeigt. Aber naja. Und runter. Und ab geht die Party. Ich wünschte, ich könnte das einfach platt machen. Aber ich glaube, wir müssen wieder gegen diesen... extra mit Bosskämpfer und nicht gegen Sorbiton. Na, gegen Sorbiton kommt noch ein Fight. Ihr kennt es ja. Stage 5. Wer es nicht mehr merkt hat, wir werden Dragon Ball D nicht spielen mit Müller. Komm, komm, komm. Ach, Müller. Hepp. Nochmal. Neuer Versuch. Und laufen wir mit Full Speed. Und einfach mal drüberjumpen. Einfach mal so, weil wir es können. Einfach skippen. Ach ja, bin weg. Gehen wir unten lang. Na, das war jetzt ein perfekter Move. Oh, jetzt schießen die, wie die Besoffenen. Das ist natürlich nicht das, was ich gerne möchte, aber... Na gut. Und ja, dank des Blasches können wir wieder mal... Blätter, wisst ihr mir... Ja, kriegen wir jetzt wieder, weil wir wieder 10x gesammelt haben. Mann, ich bin nicht ganz so gut. Bis auf den einen Dev, den zählen wir alle raus, weil das war ja dieser Fail, wo ich ja nichts gewusst hatte, dass ich dann in der Hardcore-Challenge wieder drin war. Ich dachte, ich spiele auf normal. Da war mein Gehirn noch nicht ganz umgestellt auf von, ähm ja... Normal-Gameplay auf Hardcore-Gameplay. Weil wenn ich Hard spiele, spiele ich nämlich ein bisschen anders. Das ist nämlich das Seltsame. Aber den zählen wir einfach raus. Aber die anderen Tote, die zählen... Da hab ich dann wirklich mit Absicht versagt. Okay? Gut. Gehen wir oben lang. Da gehen wir auch hoch. Reicht noch nicht. Da fehlt wahrscheinlich noch einer. Jo. Moment. Joa, so geht's doch besser. Ich hätte gedacht, wenn der Zerberz hingekommen wäre. Ja. Wir sehen ihn ja wieder. Dann schießt er ja auch zufällig. Und ich will euch da zeigen, warum... ...Miller... teilweise mein Final-Boss so eine Todesmaschine ist. Also... ...mit Miller... ...dem Final-Boss schaffen, das ist so einfach. Selbst eine Hardcore-Challenge. Das hat einen einfachen Grund. Aber erstmal erledigen wir den dritten Boss. Wir müssen ja noch viele Bosse erledigen, bevor wir... ...durreden können. Ich glaube, so weit ich weiß, spielen wir mit ihr auch Trap Hideout. Oh yeah, wir gehen blättern. Na nice. Das war Kugel in ein Sacken. Das mache ich auf jeden Fall mit euch. Ich habe es leider kaum gemacht. Deswegen machen wir es auch mit Miller. Das war nicht das, was ich wollte. Aber egal. Oh scheiße, nicht der vergewaltigte Staubsauger. Nein. Verpissstisch. Ihr müsst wissen, der Staubsauger letztes Mal wird er vergewaltigt. Deswegen hat er jetzt eine Quittung bekommen. Ich weiß auch nicht, warum die Staubsauger auf einmal schon so krass sind, oder? So geil drauf sind. Ich weiß auch nicht. Und du suchst am besten mal auch einen Staubsauger gleich mal mit. Nicht, dass da auch noch auf irgendwas Geiles ist. Ich weiß noch nicht, was ich gerade euch erzählt habe, aber... Aber ja, gut. Oh fuck. Miller, bitte. Wache ist richtig. Hier ist ein bisschen oben. Und? Mit Fail. Oder auch kein Fail. Ich weiß auch nicht. Hepp. Ja, der das Ding da oben trifft. Oh scheiße. Der hat mich ver... Der hat mich besandelt. Stirb, Staubsauger. Ernsthaft, dass es solche Staubsauger überhaupt auf der Welt gibt. Das ist... Das ist... Nein. Wer kann ich dazu nicht sagen? Hey. Leider reicht es mir. Ernsthaft, wer hat die... Wer erfindet diese Staubsauger? Wer hat diese Staubsauger erfunden? Der gehört hier in den Knast gesperrt. Sowas ist einfach zu erfinden. So. Kommt jetzt ja... Große Mitboss. Yep. Jetzt kann ich es mal zeigen. Haltet einfach mal das Ding block. Weil das es schießt. Da will ne. Wir können aber die Geschosse einfach rumbleiben. Tja, jetzt muss wir leider weitergehen. Zum Boss. Oh, fuck. Wart mal. Wir haben kaum noch Leben, oder was? Fuck. Jetzt sind wir im Arsch. Wir kommen. Das war so klar. Ich weiß offensichtlich, dass das passieren wird. Ohne Shit. Es gibt dafür einen Trick. Aber ich weiß nicht, wie man den Arketen noch mal hinkommen konnte. Ich versuche jetzt mal einen Trick. Ich versuche das einfach mal. Ich versuche das einfach mal. Ich versuche das einfach mal. Ja, komm. Und Attacke. Den holen wir jetzt. Den kriege ich. Ich versuche das einfach mal. Ich versuche das einfach mal. Ich versuche das einfach mal. Aber ich bin halt zu bescheuert. Das ist einfach so. Auf jeden Fall. Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr könnt euch wieder in den Kommentaren eine Wertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Emerald. Emerald. Wow. We're really strong as a team. Not so fast, Commander. If you're searching for the stone, you might want to look up. Enjoy your victory. Stop! Stop! We gotta go after them. Those airships would ghost us from a mile away. Remember what happened to me in the valley? There has to be a way. What about Mayor Zhao? It's gone! My one chance for re-election is gone! You! Over there! He's royalty? You have to bow! Oh! Very good. Rise. Are you the ones who disposed of this wretched mechanical beast? You bet we are. Glorious! As a token of my appreciation, I offer each of you free Reign Over Zhao shopping paradise. Oh, with this coupon. For 5% off selected brands. Aw, what the heck. Why don't I just invite you over to dinner? My truth. You mean... a royal feast? I am pretty hungry. What about the stone? That scoundrel prince took it from me! I won't even be able to chase him until my ships are repaired! Well, Mayor Zhao, we would be honored to be your guest this evening. Follow me, then. I shall drown your sorrows in delicious chowmeng! Don't worry about taking turns. I'm sure you must be hungry. So have at it! Sushi! I love sushi! I love sushi! I love sushi! Sushi! I love sushi too! Sushi! So, what's that giant head on the wall over there? That's the pride of my collection! An ancient statue modeled after the dragons of the before time! was special about them compared to you know someone like lilac what's special ha did you come from another planet or something sorry long ago a magnificent creature soared across Avalis in a ball of fire when it landed our ancestors were so captivated by its power and beauty that they built three kingdoms in its honor shangmu shanktu and shui gong bingo and when the cities were built the dragon transformed into the legendary kingdom stone we know in love today the same stone that was heartlessly yanked away from me Carol manners why did you take it why now shangmu is on the brink of an energy crisis with the stone in our heads we could have solved it overnight well that worked out well I don't think this energy crisis of yours is an accident I think it's deliberate and I think we know who is responsible don't bore me with your lectures I've heard them a thousand times from a thousand self-righteous warriors unless you have something useful to say the only thing that matches to me is how quickly I can cast you aside I really have a lot of work to do you'll fail men like you always fail interesting theory hello sir have you beheaded the intruders yet what is it there's an incoming transmission from general serpentine the full moon is out not a cloud in the sky don't relax just yet upload the scans and get back here immediately of course my lord contact the crash site and tell them to refit our warp drive I want the artifact to fit like a glove as you wish sir we are getting off this rock an alliance with shang too what a lovely idea oh hey magister sorry about ambushing your soldiers and desecrating your temple let's go frolicing in the woods together with our makeup and pretty dresses your excellency we're a neutral party send us to speak on your behalf if he won't listen to the greatest ruler in all of Avalis why would he listen to a bunch of kids can we try pretty please just imagine how much people are going to love you for reuniting the three kingdoms against a common enemy me? me? a war hero? now that you mention it I could use a few extra heads so you'll help us then? eh what the heck it's worth a shot to the airship nice we get to ride in that oh my gosh yes but of course it's equipped with everything you'll need for your trip including your luxurious living quarters good luck my friends thank you nooo What kind of wish? Well... I really wanna see my mommy and daddy again. Sounds like a good thing to wish for. We're gonna be going inside soon. You wanna come? Okay! What's going on? Shoot! We gotta disable those ships or we're toast!